Muss man das hier aufmachen? Wir müssen... Oh! Ah! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Gameplay möchte ich euch ein neues Spiel vorstellen, welches ich für euch in den nächsten Wochen spielen werde. Und zwar ist es Warhammer Wammantide 2. Dieses Gameplay ist entstanden aus dem letzten Livestream auf Twitch mit dem lieben GameTolik. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr Lust habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. In dieser Folge behandeln wir die Mission gegen den Strich Akt 3. Ich wünsche euch viel Spaß. Was war das? Stärker Trank. Achso. Stärker Trank. Ist hier noch irgendwas? Sorry. Oh Mann, da sind irgendwelche Tiere. Gute Tiere. Ey, den wollt ich töten. Oh ne, ist das ein Bitter? Ne, nicht. Alter, die fliegen voll weg. Geil. Das ist so ein... Ach du Scheiße. Ich hab dir gekillt mit meiner Super-Attacke. Ey, hier ist irgend so... Ah, hier ist so ein Assassin. Ey, ich kann die Gegner umhauen, war mit der Axt. Wow, geil. Sau geil. Gut, dass ich eingeparkt hab. Oh oh. Äh, jetzt kommt wieder so eine Armee. Geil, die Axt ist fett. Die ist richtig fett, Alter. Hinter uns, hinter uns. Oh. Das ist so eine Metzl-Waffe. Ja, aber sowas mag ich. Viel Schaden. Ich auch. Ich auch. Ist dir denn langsam, deine Axt? Etwas langsamer. Die Haut, die gehen richtig um. Also, diese fetten Chaos-Typen, die fliegen weg. Cool. Ich hör wieder jemanden hier. Fuck her. Und die zerstört, äh, die Schilde. Geil. Die verlieren die Schilde. Ist das geil? Ja, das ist, äh, vor allem für diese, ähm, Ritter-Ratten. Ja, genau, genau. Ganz schön gut. Ah, hier ist ein Fass. Mhm. Also, den müssen wir... Den müssen wir auf jeden Fall aufheben für Dings. Ja, ja, ja. Für diesen Boster. Ja, genau. Also, wenn der überhaupt noch gleich kommt. Das ist immer noch... Das ist ja immer unterschiedlich. Ah, da kommt bestimmt ein anderes... Fieses Viech. Ich muss mich heilen. Au. So, wo müssen wir denn hin? Puh, die fliegen voll weg, ey. Das sieht so lustig aus. Ach, hier ist eine. Steht da neben mir. Oh, oh, wir bestürmen. Äh, 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 äh. Ah, der hat sich weg-tapotiert. Scheiße. Aber der kommt wieder. Oh, oh, da war dieser, ähm, Minigun-Typ oder was. Oh, ja. Ist nicht nett. Oh. Oh, oh, na, meh. Voller Sklaven. Hä? Hat jemand irgendwas explodiert? Och, nee. Mein Fass ist wieder kaputt. Schade. Ey, hier ist eine Kiste. Kannst du die öffnen? Ja. Da ist, äh, Heilung drüber, so. Ein Heilungspack. Aber ich bin total voll. Mhm. Ja, das ist gut. Hast du noch Platz? Äh, nee. Ich hab schon einen. Ich hab einen Pack dabei. Einen Drink. Scheiße. Dieses Heilungs- Getränke mehr. Ich hab nicht gebraucht. Ah, weißt du was? Ich heile mich und dann nehm ich das mit. Hä? Nein, ich bin entführt. Ich kann dich aber nicht mehr retten, ne? Ich kann... Oh. Schnell, schnell, schnell. Wie komme ich denn jetzt zu dir? Schnell, schnell. Hab ich ihn gekillt? Sieht so aus. Ja, ich bin wieder... Ja, okay. Gut. Also hier ist noch ein Stärke-Trank. Oh, da ist ein super Typ. Ich hau ab, ey. Ich hab das Heilungszeug mitgenommen. Ich hab irgendein Super-Soldaten gekillt. Ach du Scheiße, ey. Wie stark sind die denn hier? Die haben ja direkt erst mal ein Drittel abgezogen. Mein Gott. Ja, die Axt gefällt mir. So, jetzt dürfen wir hier nicht sterben. Nee. Ah. Genau. Boah. Die sind alle umgefallen, irgendwie. Ja, das ist eine Attacke, irgendwie. Ist geil. Oder warst du das? Nee, nee, nee. Aber ich kann sowas auch. Ey, von hinten? Ja. Oh, oh, oh. Wow, das war cool. Das ist auf jeden Fall effektiv. Gegen so eine Armee. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder so ein... Jesus oder? Ja, so ein Drittel, ne? Du hast ein Henker. Hier bin ich. Also, die Munition ist hier wirklich, äh... Problematisch. Sehr, sehr schnell weg. Hier ist eine Hütte mit einem Stärkertrunk. Meine helle Bade ist voll geschmiert mit Blut. Äh, die kommen... Die kommen von rechts. Ja, irgendwer hat mit... Giffbomben geworfen. Ja, ich höre irgendwas. Irgend so ein Roboter oder so. Verstehe den Typen. Okay, einen habe ich getötet. Also, das bringt auf jeden Fall was, dieses Schildknacken. Mhm. So, ich wollte mal eben hier die Hütte... Ach, du Scheiße. Was los? Ich werde von dem Dicken wieder eingesaugt. Komma! Hey, das ist so gemein, ne? Weiß, ich weiß. Hinter dir ist einer. Ist er tot? Ich glaube schon. Oh oh. Kein gutes Zeichen. Da kommt eine Armee von vorne. Oh oh. Und von hinten auch. Oder von der Seite. Kommen die? Ja, sie kommen. Mein Gott, ey. Gibt es hier oben irgendwas? Vielleicht? Irgendeine auf jeden Fall. Alter Schwede, eine Rattenarmee. Ach du Scheiße, diese Doppelachstypen. Die sind gut. Ja, die sind richtig hart. Die sind stark. Oh. Aber nicht stark genug. So, haben wir es? Haben wir es überlebt? Knapp, aber... Oh oh. Was war das? Zauberer, Zauberer, Zauberer. Ja, wissen wir. Da. Scheiße, ich bin abgestürzt. Hier steht einer. Der ist da ganz hinten. Ich habe nicht gesehen, aber... Ich wurde rausgeworfen. Windows drin. Oh. Schon wieder? Der ist auf der Straße. Ich kann den sonst abschießen. Ich glaube, der ist tot. So. Weiter geht's. Also, ich habe ein Heilungsmittel... Ah. Ich habe so ein Heilungsmittel dabei. Das ist gut. Ich habe auch eins gehabt, aber ich habe es schnell verbraucht. Ich glaube... Ich weiß nicht, soll ich das... Erstmal aufbewahren, ja? Ja, ich bewahre das erstmal auf. Sicher, sicher. Wenn einer kurz vorm Sterben ist. Oder du hältst dich dann halt selbst. Habe ich auch gemacht. Ja, wieso stehst du denn da oben? Ah, hier ist ein Getränk. Acceptable. Exactly. Exactly. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Ich habe ja eine Regeneration. Ah, oh, oh. Ich bekomme... Äh... Müssen wir hier durch? Achso, wir müssen hier hochklettern. Sag das doch. Ach du Scheiße. Watten, watten. Da war wieder so ein Meuchelmörder. Was sind diese Typen? Richtige. Da kämpfe ich lieber gegen diese Ritter. Und? Gibt es hier was Schönes? Einen Apfel? Der wenigstens heilen würde. Außer einen Apfel gibt es hier nichts, ne? So, wir haben hier Schweinchen. Müssen echt übergucken. Bestimmt irgendwas drin. Die Typen stehen hier einfach nur rum. Ich werde die ganze Zeit hinter dem Zaun immer so. Gegner. Ich stehe da rum. Ja, das heißt nichts Gutes. Meistens. Ja, die kommen von hinten. Bilderfass gefunden. In dem Haus gibt es doch einen Keller, ne? Ah, okay. Musst du auch mal gucken. Ja, hier ist es doch was Schönes. Ich wurde entführt. Oder noch nicht, ne. Ich habe so einen, ich weiß nicht, so einen Gas-Typ oder Minigun. Gatling. Ratte. Ich gucke mal, was im Keller ist. Und ne Bombe gefunden. Ach, bereits ausgerüstet. Achso, kann ich was mitnehmen? Ja, da liegt ne Bombe. Dann nehm ich gerne ne Bombe mit. Weil Bombe ist ganz wichtig. Hä? Wo hast du die? Hier, hier. Warte mal. Was ist mit? Hier. Bin ich hier falsch? Hallo, wo ich bin? Guck mal. Guck mal. Hallo. Ach, ich bin unten. Ah, okay. Ich war unten. Danke. Äh, finde Schlüssel für die Scheune. Ich habe einen Sprengfass. Ja, das habe ich vorhin mitgenommen gehabt. Achso. So. Bis jetzt noch keinen mega fetten Gegner gehabt. Sag das mal nicht. Ich kann hier oben heinen. Guck mal hier oben. Die stehen hier so blöd in der Gegend rum. Assassin, aah! Ich bin gleich tot. Ach du Scheiße, ey. Der hat mir richtig eine verpasst. Irgendwas kommt jetzt. Irgendwas Böses. Ups. Ich habe das Fass, äh, kaputt gemacht. Aber es hat mir geholfen. Guck mal, guck mal nach oben. Hallo. Geil. Das ist eine gute Position. Wenn man genug Munition hat, dann ja. Leider. Leider ist es nicht der Fall, sagst du. Die. Muss man das hier aufmachen? Wir müssen... Oh! Ah! Nein! Ich bin irgendwie so mega langsam. Hallo? Lass mich in Ruhe. Hat er dich vergiftet? Nee, wollte er. Ach Scheiße, wo ist eigentlich sein Leben? Sein Leben ist noch nicht da. Doch, bei mir... Doch, jetzt halt er sich. Also, bei mir zeigt er kein Leben an. Ah, fuck. Der hat mich... gespuckt wieder. Ah, der verfolgt mich. Ich muss mich mal eben heilen. Au! Ah, das gibt's doch nicht. Hey! Da kommt so ein Sturm! Oh! Weg, 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 weg! Sturm, Sturm, Sturm! Wo ist der, der... Oh! Der Gifttyp. Ich versuch, den Troll von hinten... kaputt zu machen. Nein! 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 Ich werd eingesaugt. Nein! Kann mich jemand heilen? Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ah... Schnell, 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 schnell! Okay. Boah. Kann mich irgendwie nicht bewegen, aber auch gut. Ja, der ist gleich down. Ja, der ist gleich down. Der ist gleich down. Aber ich bin gleich auch tot. Wow! Ah, der holt mich immer wieder! Ah! Ah, nicht, nicht mich verfolgen! Ja, der ist gleich down. Ja! 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 Weg, 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 weg! Wo ist denn der Typ? Keine Ahnung. Ey, Leute! Mach mich fertig hier. Wo ist denn der Kerl? Ich hör' die ganze Zeit irgendwelche... Ah, der ist hier in der Nähe! Der ist bei mir. Also, ich brauch' Regen und Zürich im Leben. Sonst wird das... Ja! Der ist tot. Der Fettsack. Gibt's hier irgendwas... Brauchbar was? Hm... Ich guck' mal in der Scheune. Boah, hier stinkst bestimmt, ey. Wie's hier aussieht. Überall nur Leichen. Nach Leichen und Blut. Überwesung. Erinnert mich jetzt irgendwie an Hand. Ja, so ein bisschen, das stimmt. Vor allem, wenn man dann seine Waffe rausholt. Also, die Schusswaffe, mein ich. Stimmt, ja. Aber das Spiel find' ich cooler. Als Hand. Überall nur Fliegen. Wow! Ey, wir hätten das auf ihn schmeißen können. Was denn? Guck' mal. Wo bist du? In den Steinen hier. Wo seid ihr? Ach so. Äh, ich bin schon durch die Scheune. Ach so, okay. Sorry. Ja, das Problem war, da war so'n Seil mit so'n Holz, Holzpalette. Und da waren Steine drauf. Ah, okay. Aufgegangen und dann hab' ich einfach nur mal geschlagen. Und dann ist das halt runtergefallen. Wir hätten damit erschlagen können. Cool. Ja, okay. Wissen wir ja fürs nächste Mal. Genau. Hier ist ein Fass. Ich hab' so'n Gas-Typen gekillt. Oh, oh. Nein! Äh, weißt du, ich wusste, dass er da war, aber ich konnte nicht reagieren. Oh, oh, Sumpf. Mal gucken, wie lange wir hier noch laufen müssen. Das endet nie. Hm. Ritter, 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 Ritter. Ich hab' ein Pulverfass. Pulverfass. Ich ritte dich. Ah, nee. Mach dich immer anders. Gibt's nicht. Wo ist der Ritter? Wow! Der Ritter ist unglaublich. Also. Komm her, Ritter. Komm. Hier bin ich. Ha! Also zwei Leute sind schon mal tot. Ah. Zumindest sind wir so'n Stückchen weitergekommen. Kannst du den überhaupt, äh... Ah, okay. Der heilt mich. Gut. Danke. Ah, ich hab' ja noch mal einen Schaden gemacht. Oh, fuck, fuck. Okay, ich hab' den. Ich hab' den. Ah, ich bin kurz vor'n sterben. Hier sind wir alle. Scheiße. Ja. Hier ist irgendein so'ne, äh... So'n Wagen steht hier rum. Mhm. Vielleicht ist hier irgendwas. Hey, hier ist was zum Heilen. Also, ich muss ehrlich sagen, die haben mit den Getränken echt gespart hier. Mit den Heilen. Also, ich hab'... Ja, ich hab' leider nix zum Heilen. Einer hat das mitgenommen, der... Na ja, komm. Ich hab' das Gefühl, du allein hast, in diesem Ritter keine Chance. Hm. Ja. Äh... Hier ist noch'n Ritter. Äh, ich wurde eingesorgt. Nein! Ja, ein Schlag. Wer ist da? Ein Schlag. Noch'n Ritter? Ja, so diese kleineren... Also, die Mitteldinger. Mittelritter. Diese Henker. Henker's Mahlzeit. Oh, danke. Ach du Scheiße, das ist ne ganze Armee. Was ist das hier für'n Gang? Oh! Was ist los? Ich wurde voll von hinten überrascht. Ich wusste gar nicht, dass die, äh... ...hinter mir sind. Boah, okay. Hier sind Getränke. Geil. Wenn da noch überhaupt irgendwas für mich übrig bleibt. Und so'n Heilungsding. Ich hab's mitgenommen. Äh, Radletz, wo bist du? Ah, okay, du hast'n Getränk. Ich hab'n Getränk. Ich rette, äh... Ich heile die Pyramanen. Okay, mach das. Weil dann haben wir... Jeder hat wieder viel Leben. Das ist gut. Oh, oh. Was ist das denn für'n Super-Detail hier? Boah! Ja, ne, bist du geil. Geil, du magst. Möchtet ihr mal'n Obst? Bedient euch. Oh, lecker. Ja, ich mach'n Salat. Was schreien die da rum? Kommen die hier hoch? Ja, ich glaub', lass die mal hierhin kommen. Ja, hier oben. Ah, hier ist ein Supersoldat, ne? Echt? Mhm. Ah, ich hab'n... Ja, ich hab'n gekillt. Okay, war doch kein... Beziehungsweise wir... Ah, fuck. War doch keine gute Idee. Ja, okay. Nein, doch, doch, ist gut. Ja, hier auf dem Podest ist das nicht schlecht eigentlich. So, äh, soll ich runtergehen? Ah, warte, da kommt noch jemand. Ah, wir warten ein bisschen. Ja, gleich kommt bestimmt wieder so'n Boss. Wie immer. Wahrscheinlich, ja. Das sieht irgendwie so fertig aus hier. Moment, ich komm' gleich wieder. Oh, komm' hoch. Oh, ja, 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 ich seh's. Jetzt kommt wieder was. Haha, ich reiß' dir ein Stückchen. Jetzt kommen wieder irgendwelche Typen. Wo kommen Ritter? Hm. Oh. Hier ist ein Getränk. Wo? Ich hab' so'n, ähm, Stärke-Getränk genommen. Oder... Bei mir, sagen wir mal so. Oh, fuck. Soll ich ne Granate auf den schmeißen? Mach' mal, mach' mal. Hahaha. Boah, da war nichts. Geil. Cool. Also, die Granaten sind wirkungsvoll. Auf jeden Fall, ey. So, komm, hier muss doch noch was sein, oder? Kann doch nicht alles. Kann man hier rein? Stimmt. Einige Türen gehen auf. Aber... Hast du irgendwo ein Buch gesehen? Zufällig? Nee, ich hab... Nee, hab ich nicht. Leider nicht. Ja, vielleicht bei diesen Spezialmissionen gibt's keine. Ah, kann sein, ja. Hier ist, äh... Trank der Konzentration. An der Mühle. Oder hinter der Mühle. Besser gesagt. Wo? Hinter der Mühle? Hinter der Mühle. Ich bin gut. Ist das so ein Blauer? Oder so ein Lilaner? So ein Lilaner. Okay, das ist gut. Der, äh, lädt deine, ähm... Superfähigkeit auf. Ja, genau. Das ist echt gut. Oh, oh. Was kommt jetzt? Etwas Böses. Im Keller. Ratten wahrscheinlich. Rattes, Rattes. Wartet auf mich. Gibt's hier was im Häuschen? Nee. Hast du irgendwas gesehen? Ja. Nee, da war nix. Ah! Ah, scheiße! Die Bombe ist aktiviert! Na! Das wär jetzt blöd. Ich werd hier von hinten attackiert. Noch nix! Ich hab irgendwie diesen... Diesen Gas-Typen hab ich irgendwie nicht gekillt. Gas? Also hier kommen von hinten immer wieder welche Ratten nach. Mhm. Und Chaos-Typen von, von oben. Und? Ich hab keine Munition. Ach! Ja! Kommen die denn hier? Kommen die... Warte mal. Befreie Gefangene in der Scheune. Ich glaub, hier kommen nun endliche Gegner, oder? Kann's sein? Könnte. Ich glaub, hier kommt gleich was Großes. Ah, hier ist ein Getränk. Ja, ja, Imperium. Hier, Imperium. Ja. Hier ist eine Munitionskiste, ne? Geil. Wenn du die Treppen hoch... Hochläufst. Muss haben. Muss... Muss haben! Was ist das? Befreie Gefangene in der Scheune. Oh. Hier ist irgendein Typ. Befreie Gefangene im Sägewerk. So. Gibt's hier irgendwelche Gefangenen? Oder ist das hier noch nicht, äh, das Sägewerk? Ne, ne, das ist nicht das Sägewerk. Es ist das Rattenwerk. Ja. Der eine schießt hier mit seinen Revolvern. Hinlegen! Einen hab ich befreit. Den zweiten auch. Die sind weg. Hä, aber da steht immer noch 0 von 4. Ist das denn? Das ist schon die nächste Aufgabe. Ich hab grad die eine Aufgabe gemacht. Aha. Mit zwei, äh, Leuten. Ja, zwei. Gefängnisse. Öffnen. It's raining reds. Ja. Halleluja. Mein Gott. Äh, brauchst du noch einen Konzentrations- Ne, 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 ne. Ich muss eigentlich Heilungs... Irgendwas mit Heilung. Äh, ich hab einen. Aber ich hab auch nur die Hälfte. Ja, ich kann mich eigentlich heilen. Ich hab Prägeneration. Ach du Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Mein Gott. Ja, noch zwei. Zwei Typen. Äh, eins. Zwei, äh. Ja, zwei von vier. Zwei Zellen. Oh, ich kann nicht heilen. Oh, ich hab einen Trank. Ah, gut. Okay, da hat sich das erlebt. Oder, oder, ich weiß nicht. Ja, ja, nimm mal einen Trank. Ich nicht heilen. Oder, äh. Ja, ja, okay. Wär eigentlich andersrum besser gewesen. Weil der Trank heilt halt nicht komplett. Aber, das macht nichts. Ah, ja. Okay, scheiße. Das wär dumm. Okay, beim nächsten Mal. Das ist nicht bescheid. Äh, wo muss ich hin? Ich höre eine ganze Armee. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Ich höre. Oh. Ah. Irgendwie ruckelt das nun mal jetzt. Ja, ab und zu irgendwie, ja. So ein Leck. Das ist nicht gut. Wir tritt die Brücke der Schatten. Ey, wir können die wieder raus, ne? Geil. Geil. Wir haben's vielleicht geschafft. Oh, ja. Komm, dann schnell weg. Schnell weg. Dann haben wir es endlich geschafft. Da gab's doch irgendwo eine Tür. Ich hab die aufgemacht. Da war so eine Kiste. Wieso? Mit irgendwas Brauchbarem, oder? Hm, ja, da war dieser Trank. Der hat mir das Leben gerettet. Das ist gut. Wo kommen diese Ratten jetzt her? Oh. Da ist noch so ein Ritter, ne? Hey, wartet auf mich. Ah. Ah. Oh, Dudes. Wer ist tot? Äh, irgendeiner ist verletzt. Ah. Bitte. Das meinte ich vorhin. Ah. Scheiße. Wo seid ihr denn alle? Achso. Ja, ich bin, ich komm zu euch. Ich wollte gerade zum Retten. Okay, gut, gut, gut. Ja, okay, wir haben's. Ist der Ritter tot? Anscheinend schon, ne? Oh, cool. Ja, ich hab den mit meiner Superattacke. Ach, geschoss. Hm. Aber ich hab noch Bomben. Ey, komm, wenn wir das schaffen, ne, dann wein ich. Ich glaub, hier ist schon der Ausgang, ja. Ja, ja. Geil. Ja, ein Erfolg. Ja. Juhu. Aber, das muss aber Loot geben, oder? Ja, hoffentlich. Also, wir haben einen fiesen Typen gehabt, ne? Dieser, der die ganze Zeit gespuckt hat. Sieg, ey, Akt 3. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren, ist ganz wichtig. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch Kanal ist unten in der Beschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao.